So, willkommen zurück zu unserem Reu-Leute auf YouTube Ist das eigentlich jetzt noch weit? Oha Dann geh ich ohne dich nach Hause, nix kein Essen Ein Rota-Damm, ein Rota-Damm, ein Rota-Damm, ein Rota-Damm. Super, 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 super. Keine Ahnung. Danke. Mama Brüssel, Bruxelles. Ich dachte, wir fahren nach Felixstau. Das schafft man schon, das schafft man schon bis Rota-Damm noch. Das sind noch 432 Kilometer. Ja, Leute, ich fahre mit Handschaltung, wie ihr seht. Obacht Auto. Der Willi ist in Österreich, die sind immer so langsam. Ja, und am Brenner musst du mit 40 runterkriechen. Na, da muss man LKW mit 40 runterkriechen. Ey, Maximus. Du bist doch der mit den 47.000 Abonnenten, ne? Du bist doch der mit den 47.000 Abos, ne? Kannst du mich mal ein wenig pushen. Nicht fragen, Willi versagen lassen. Oh ja, das stimmt. Ne, Amsterdam, Rota-Damm. Kann mal jemand schauen, wer ich kann es nicht machen. Maximus. Ok. Okay. Okay. Maximus, hér vonni. Mach zu, mach zu. Wer ist denn das gelbe Auto eigentlich neben dir? Amsterdam und dann Rotterdam. Ja, Leute, lasst dich. Und schaffst trottsähnter Willi durch ein Ding zu ziehen, ne? Durch ein Luftfilter. Oh ja. Das Beste ist, wenn du mit 180 in die Kurve fährst, dann überschlägst du dich voll geil. Okay. Ich will jetzt noch mal gucken, weil jetzt wird's wahrscheinlich dann gleich Rotterdam und dann kommt ein Zug, das heißt dann wird der Konvoi wieder zerrissen. Cheater. Schatz, mein Paar, Leute. Ich weiß nicht, was das damit bedeutet. Danke, YouTube. Ja, 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 ja. Ach, meine Paar... Es muss ich über Wohmann. Es muss ich über Wohmann. Das war fassendlich ich, weil du auf einmal geleckt hast. Das war fassendlich ich, weil du auf einmal geleckt hast. Das war fassendlich, weil du auf einmal geleckt hast. Nei, Hohnbois er in Amsterdam, der muss reparieren, weil er net fang kann. Das war fassendlich, weil du auf einmal geleckt hast. Okay. Kannst du das mal reinschreiben, Maximus, weil ich habe eine Tastatur. Ja Leute, hier ist gerade ziemlich viel Verkehr. Alter, der ist auch so ein fetter Konvoi. Ja Mann. Ja Mann. Also Maximus. Hinter Willigel. Der hat mich auch überholt. Kannst nicht mehr vorbei an den, glaub mir. An dem kommst du nicht mehr vorbei. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich ziehe vor ihm, quetsche mich rein, fahr dann langsamer und dann kannst du vorziehen. Maximus, fahr vorbei. Und ich muss unbedingt Rebellion. ... Ja Leute, ich habe schon ziemlich viel Schaden. ... ... Ich merke es, wir haben nämlich immer noch 407 Kilometer. Ja Leute, ich bedanke mich für den Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr schaut doch beim nächsten auch hier rein. Und wenn ihr nur ihr Zuschauer seid, dann lasst mir bitte ein Abo da und wenn ihr wollt auch ein Like. Danke und tschü tschü. Danke. Danke.